Top 3 Heute die Top 3 der höchsten Gebäude der Welt Top 3 Der Shanghai Tower Er steht in der Volksrepublik China und wurde 2014 gebaut, seine Höhe beträgt 632 Meter, somit ist er das größte Bauwerk in der Volksrepublik China. Kommen wir nun zu Top 2 Der Tokyo Skytree Er wurde 2012 in Japan in Tokio gebaut, mit seiner stolzen Höhe von 634 Metern ist er das größte Bauwerk in Japan. Kommen wir nun zu Top 1, dem höchsten Bauwerk der Welt Der Wolkenkratzer Birch Khalifa Er wurde 2010 in den Vereinigten Arabischen Emirate in Dubai gebaut, seine Höhe beträgt stolze 830 Meter, Somit ist er das größte je erbaute Bauwerk der Welt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo oder ein Like sehr freuen. Since then, bis jetzt. So, bis dann! So, bis dann! So, bis dann! So, bis dann! Vielen Dank.